Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum Tipp der Woche heute am Dienstag. Wir haben gehört, welche Konjunkturprogramme da neu auf die Straße gebracht werden sollen und welche Milliarden, was heißt Milliarden, welche Billionen da ausgegeben werden sollen, um die Konjunktur wieder anzuschieben und davon sollte eigentlich der Baukonzern hochtief wieder profitieren. Die Aktie, zuletzt eher Underperformer, schaut aber zumindest auch technisch jetzt wieder sehr spannend aus. Wir sind im Bereich 78 Euro an einer Widerstandsmarke angekommen und wenn wir die überwinden, dann haben wir Platz bis in den Bereich von 82,50 und im weiteren Verlauf dann könnte es durchaus wieder in Richtung der Juni-Hoax von 2020 gehen, die bei etwa 90 liegen. Wir sehen hier schön, die 200-Tage-Linie auch wieder zurückerobert. Heute mit einem Sprung, wie gesagt, über die 78 Euro-Marke. Hier sehen wir noch 77,66, aktueller Kurs 78,40. Die Aktie mit 2% plus im MDAX einer der Top-Performer. Und wie gesagt, wenn wir da diese Hürde bei 82,50 überwinden, dann kann es durchaus in den nächsten Wochen auf 90 Euro gehen. Wobei nächsten Wochen, sagen wir mal, in den nächsten drei, vier Monaten, so schnell wird es nicht gehen. Aber von der Markttechnik her, von den Fundamentals her, kann es durchaus jetzt weiter nach oben gehen. Und deswegen haben wir ein Hebelzertifikat herausgesucht, einen Hochtief-Turbopol AW0JUM, ist die WKN 2,56. Der aktuelle Stand, den Stoppkurs wie immer, bei 2,30 Euro. In der letzten Woche hatten wir auch einen Konjunktur-Player, einen Zykliker, sage ich mal, mit Heidelberg-Zement. Gleiche Branche oder ähnliche Branche wie Hochtief. Die Empfehlung ist ganz gut aufgegangen. Natürlich haben wir uns etwas mehr versprochen, nachdem der DAX so stark gestiegen ist. Der Schein auf Heidelberg-Zement mit der HR3-HJ9, den hatten wir bei 2,21 empfohlen. Steht jetzt bei 2,35 im Geld. Hier ist noch ein etwas älterer Kurs mit 2,31. Wie gesagt, aktuell 2,35. Das sind rund 6%, die wir hier schon zugelegt haben. Den Stoppkurs kann man noch bei 1,90 lassen. Aber ruhig dann sukzessive nachziehen, sollte die Aktie weiter nach oben ziehen. Sie hat noch Potenzial. Wir sehen, dass dieser Trend seit November intakt ist, dass wir nach dem Sprung über die 70 Euro Marke eigentlich theoretisches Kurspotenzial bis 90 Euro aufgebaut haben. Und deswegen gibt es im Moment eigentlich keinen Grund, die Aktie zu verkaufen, beziehungsweise den Schein. Das Einzige ist, dass wir uns doch ein Stück weit jetzt von der 200-Tage-Linie weg entfernt haben. Aber das ist im aktuellen Umfeld bei vielen Unternehmen so, die sich eben so rasant wieder zurückgemeldet haben. Und das trifft eben auch auf Heidelberg-Zement zu. Und von daher würde ich da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, dass wir heiß gelaufen sind teilweise. Klar, aber solange die Hosse so läuft, solange das Geld in den Markt fließt, sollte man hier weiter dabei bleiben. Das war es zu meiner Seite. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin mit unseren Empfehlungen. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns hoffentlich in einer Woche wieder. Tschüss.